Süddeutsche TV, Stern-TV, Spiegel-TV, alles übelste Plakiate der einzigen Waren-Sendung, die schonungslos aufdeckt, knallhart recherchiert und ungeschminkt der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Hier ist OCV-TV! Musik Und in was mutiert jetzt dieser Geheimagent? Sie tragen das Fahrt nicht so streng gescheitert wie ich? Oh, das wird ja immer schlimmer! Und das musstest du alles auf dich nehmen! Und das Wichtigste meiner Zielgruppe! Sie haben übertrainierte Gesäßmuskeln! Vom vielen auf dem Suf... Kann ich was helfen? Nee, du, geh doch weg! Gut! Nicht, dass es dann heißt, ich hätte dem Hormi an den Arsch gekratscht! Dann können du die Umarpause überbringen! Oh, das ist ja furchtbar! Schauen Sie sich das an! So entwickelt sich ein Geheimagent in seiner Undercover-Tätigkeit! Und so habe ich unter der Zielgruppe vorher mithält! Ich seh' immer aus wie heut'n Der Arsch unheimlich breit! Der Arsch unheimlich breit! Als zählt, dass er von einer Seite fahrt! Der Arsch unheimlich breit! Und wenn ich mich... Der Arsch unheimlich breit! Und wenn ich mich... ... und wie ein Mann verrühren! Und wenn ich mich auf ihn verführe... ...wollt mich auf ihn verführe... ...und die ich dir das Lernsehlein! Wer zählt schon zum Frühstück, wir brauchen schon gleich den Kaffee, die Leute haben im Sofa und der Koffer rein. Wer zählt schon zum Frühstück, wenn ich suche es bitter, hier haut ich mir beide an eine Kiste Bier. Ich seh noch viel schlimmer aus, komm nach meinem Mann reiß aus, mir blieb nur noch ein Fernseher. Der lässt mich niemals im Stich, ist immer da für mich, für mich und meine verrückten Träume. Der lässt mich niemals im Sofa und der Koffer rein. Wer zählt schon zum Frühstück, wir brauchen schon zum Frühstück. Wer hat denn auch ein Starczyk mit 0180? Ich und ich mir beide fahr'n dann ins Glück. Waren Sie, wie der Pick-and-Singer unseres Gitarristen gehört? Wie sehen wir die leitenden Saiten? Wir sehen auch als Gründer und schon um Friedrichsabend. Sind die Leute vor ihr Geld zuцен, ja, ja! Wir sehen auch als Nachtsicht mit 0180? Sehst du, ich und ich will weinen, fahr'n dein ins Glück, lass' uns fallen, wir drücken. Fernsehen ist ne Hattes, sag' ich einfach. Dankeschön! Sag' mir, haben wir sie? Gusten du auch ab und zu mal Kiker? Kiker? Hm, doch Kischenkanal! Na? Ja, bitte. Bioleck! Nicht klar! Wer Bioleck, der weiß, wie's schmeckt. Äh, muss man auch hören, ne? Ich sag' mal, apropos Leck, das Fernsehen wird ja immer versauter. Also, das geht ja schon bei Killerfernsehen los. Meine Nächte kommt mir nicht so schreckiger Fergeln. Meine Nächte hier, die Jacqueline, die kommt ja immer die Sendung mit der Maus. Ja, jetzt, wo du das sagst, was mein Neffe ist, der Torp, der guckt das immer doch mit den Blaubeeren. Blaubeeren? Ja. Ja, blau, die stehen in der Haare mit dem Blau. Die sitzen da im Schritt, wie der Margot Hörniger rücken wird. Genau! Und weil du gerade sagst, Margot Hörniger, zu DDR-Zeiten war das schon genauso schlimm. Weißt du das nachher mit Jan und Tiwi aufreißen? Ja, ja, und die Tiwi, die hat ja noch eine Silberhüppel. Genau! 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 Das ist ja vor. Aber, aber ehrlich, die Fernsehstraße mit den Eisleeren, die sehen alles wie wir. Genau! So schön! Seit ewigen Zeiten habe ich nur einen Brauch. Ich möchte noch gern mal ins Fernsehen, doch dass ich das schaff, glaub ich kaum. Doch ich bin grüner als Mohnen und sehe viel mehr als Kanal. Ich bin schlanker als Eltern und hab ich mehr ohne einen Knall. Ich wäre gern gut, dick und lieb'n, mein Gottschein, viel Lava und Miao. Und auf der Alpencontainer im Schubel, da wollen sie sich auf. Ich geh' mit Vera am Mittag, den Arbeitsbedarf an der Bar. Ich hätt' gern für die Träger, ich wär' so gerne ein Star. Ich geh' mit Partys und kling' de la Creme. Ich hätt' gern'n Schlips rum mit mir, da braucht keiner sich schämen. Ich tausch' meine Socken und dufte nach Motto zuletzt. Doch weil ich kein Star bin, will keiner mit mir mal ins Bett. Ich geh' den Publikums Liebling, mein Gottschein, viel Lava und Miao. Und auf der Alpencontainer im Schubel, da wollen sie uns auf. Ich geh' mit Vera am Mittag, den Arbeitsbedarf an der Bar. Ich hätt' gern viel Kniesen, ja, ich wär' so gerne ein Star. Ich wär' auch so gerne ein Star, aber ich muss dich jetzt mal was fragen. Ja, du als Undercover-Agent, oder Unterkoffer-Agent, ist ja egal. Ja. Du hast ja wirklich alles gesehen. Ja, du hast ja wirklich... Entschuldigung, alles. 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 Da warst du ja richtig geheim unterwegs. Jawohl. Da warst du ein Geheimagent. Ja, weil mich hat keiner erkannt. Und warum hat dich denn keiner erkannt? Ich bin ein Geheimagent, die zum Glück ein Schweiner kennt. Denn würde mich ein Schweiner kennen, wäre mich nicht geheim zu nennen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich 00-Hotty heiß. Ohhhh. Meine Feierungen. Holly, was hat dich denn am meisten beeindruckt? Am meisten beeindruckt habe ich die Comeback-Shows. Comeback-Shows? Nein, da sind ja Leute zurückgekommen, die vorher noch niemals da waren. Ja, 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 das verstehe ich natürlich. Aber, was war das aller, 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 aller Oberschlimmste, was du erlebt hast in deiner Agenda-Oma? Das Allerschlimmste war nach Sven Schimmel, der Karr, der Karr, der Moik, Moik, Moik. Mit dem weißen Zeug, der, ja. Ja, der versteckt sich als eine Tüte auf die Toilette nicht. Ach so, ein Fink. Meine Lichtwette im Neugentisch klinge. Halt, 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 halt. Ohhhh. Danke, 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 danke. Nein, 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 nein. Wir brauchen, äh, liebe Gäste, wir brauchen ein bisschen Feedback von euch, ja? Geht das? Also, ihr kennt das ja. Dam, dam. Dankeschön, da gibt's schon einen, der sich auskennt. Der kennt den Text, aber... Bei uns heißt es nicht dam, dam. Sonst, aber... Dum, dum. Dum, dum. Macht ihr mit? Ja. Okay, wir testen das ganz kurz. Dum, dum. Ja, geht doch. Sehr schön schön. Ja, geht doch. Meine Wolken kann euch nicht mehr. Dum, dum, dum. Es ging keinem, dem das gefällt. Dum, dum, dum. Beim ZDF und ARB Turren uns in die Augen drehen. Alles, alles geht vorbei. Auch an der TN2. Kommt an doch, Globus, Silber, Eisenburg durch. Dum, dum. Erster BX und ARB ising An der TN2. Der TN1 und ARB Wo sind die Hände? Ruhren uns die Augen, die alles, alles, alles geht vorbei, auch der TNZWEI. Heute noch du ist wie Dürrmann, hey, du, 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 werden nicht nur die Frauen schwach. Und jetzt! ZDF und ARD, du, hören uns die Augen, die alles, alles, alles geht vorbei, auch der TNZWEI. Heute noch du ist wie Dürrmann, ZDF und ARD, du, hören uns die Augen, die alles, 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 alles. Alles geht vorwachen, auf der TNZ! Und da entdeckt die Reporter Hody und Hürdi hat sich natürlich erkannt. Und auch Sie! Denny! Ja, Hody! Aus dem aktuellen Verkehrsgeschehen, kennst du ein Wort? Vorn mit V und hinten mit Anze! Das ist eine Fangfrage! Verkehrslotze! Du wolltest mich in eine Falle locken! Ich strafe euch mit einem Dreifach-Nurland-O-TV! Endlich! No-TV! Herr Kappellmeister, ein Ausmarsch für Hody und Hördi! Das ist eine Ausmarsch-Nurland-O-TV! Das ist eine Ausmarsch-Nurland-O-TV! Das ist eine Ausmarsch-Nurland-O-TV! Das ist eine Ausmarsch-Nurland-O-TV!